Am Anfang ist man aufgeregt, wenn man sitzt und drauf wartet, dass man ins Kart darf. Aber wenn man dann drin sitzt, dann ist man eigentlich ganz entspannt. Man muss sich gut konzentrieren können, dass man auf Velofreie durch die Pylone fährt. Nicht eckig fahren, immer rund, flüssig. Man denkt einfach nur gar nichts. Man konzentriert sich auf den Parcours, man hört nichts und man sieht auch nichts. Es gibt einen Reifen, Benzin und einfach der Motorsport. Es macht Spaß. Weil es schnell ist und weil es einfach mir passt. Ich bin so geboren, dass ich das fahre. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Kurs rauszukommen, das ist mein Ziel. Ich wünschte, ich würde Deutsche Meisterin mal werden.